Ja, ich hoffe, man kann es erkennen mit meinem alten Handy und der eigentlich ja defekten Kamera, nur noch Selfie geht, Selfie-Funktion. Aber das hier wollte ich jetzt einfach mal mit euch teilen. Ich hoffe, man sieht, dass alles so wunderschön ist hier. Im Kornfeld, Kornblumen, Klatschmohn und ja, sofort und Kamille, also wirklich dieses Rot und Blau und Weiß im grünen Feld und wie das wogt. Auch ein bisschen wie das Meer durch den Wind, der jetzt hier ganz schön leicht und warm ist. Hey, ich bin gerade dran noch.